Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ein Cast, sie zu knechten, ins Ohr zu treiben und ewig zu wünschen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen zu Game of Nerds, eurem Fantasy-Podcast hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, endlich mal wieder als Silmarillion, der Michael, ich grüße dich. My Govanen. Ja, ja, Mellon und alles andere. So was wie, sei gegrüßt auf Sinder, auf Sinderin. Okay, von mir aus. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber irgendwer im Internet hat geschrieben, dass es My Govanen ausgesprochen wird. Irgendwie so. Okay, ja, irgendwer im Internet hat auch ein fantastisches Meme gemacht, was ich bei uns auf dem Insta-Fratz, Facebook und Twitter veröffentlicht habe. Nämlich, das Bündnis Grima, Schlangenzunge fordert, Eskalation stoppen, keine Reiter nach Gondor. So, ja, just saying, just saying. Ja, da sind wir wieder, nachdem wir ja in letzter Zeit zwei Filme besprochen haben und auch bei House of the Dragons schon im Fantasy-Bereich uns gefährlich eingenistet haben, nachdem wir ja sonst immer sehr Sci-Fi-Laser-Raumschiffe und Laserschwert-lastig sind, geht es jetzt also wieder nach Mittelerde. Und das haben wir das letzte Mal, ich möchte mal sagen, auf einer eher gemischten Note verlassen. Ich habe, wenn wir uns so einen alten Cast nochmal quer gehört, die letzte Folge und im direkten Vergleich mit House of the Dragon hat es natürlich definitiv den kürzeren gezogen. Aber wie so immer, wie wir das immer machen, haben wir gesagt, naja, es war die erste Staffel, es kann ja nur besser werden. Jetzt sind die ersten drei Folgen raus, wie sie uns gefallen haben, was unsere Gedanken dazu sind. Dazu werden wir gleich sprechen, aber es gibt ja noch viel mehr von uns. Genau, und das könnt ihr alles unter und auf und in nerdizismus.de nachlesen, nachhören, nachsehen, was immer auch wir, immer ihr es auch konsumieren wollt. Nerdizismus.de, denn da gibt es alles, was wir bisher so fabriziert haben in dem letzten Jahrzehnt, kann man ja schon sagen, kann man ja Ende des Jahres sagen, bei Jubiläum. Also, nerdizismus.de, das Wichtige ist da, geht ihr nämlich auf verschiedene Buttons. Ihr könnt entweder auf den höheren Button klicken, um uns zu abonnieren und diverse Kanäle zu finden oder, was wir immer hier gerne erwähnen, ihr geht auf den Feedback-Button. Denn wir möchten euer Feedback zu all dem Geschwafel haben, was wir hier so fabrizieren. Das könnt ihr einerseits über WhatsApp machen, an die 015-25-964-7709 und zwar per WhatsApp-Nachricht oder Sprachnachricht, nehmen wir immer gerne gegen Sprachnachrichten. Oder ihr schreibt an info-nerdizismus.de, ganz klassisch per Mail oder diskutiert fleißig mit unter Discord auf nerdizismus.de slash Discord. Und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen und ich sag das ja jedes Mal und vielleicht wird sich der ein oder andere fragen, warum sagt er denn das immer mit den Bewertungen und so weiter. Das hat einfach sowas Algorithmisches, ja, also das ist jetzt nichts aus der Waldorfschule, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, dass die Ranking-Algorithmen sowohl bei Spotify als auch bei iTunes, aber auch bei YouTube, deswegen sagen euch die YouTuber immer Glocke aktivieren, Daumen hoch und am besten kommentieren, weil dann eben der Algorithmus denkt, ey, das Video, der Podcast, der ist super, den zeige ich auch mal anderen Leuten, den schlage ich mal anderen Leuten vor, damit die dann eben auch, wie ihr den ein oder anderen YouTuber oder Podcast gefunden habt, dann eben auch, damit wir dann eben auch anderen vorgeschlagen werden, die Nerdizismus noch nicht kennen. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr da wirklich bewertet und kommentiert, ja, weil das eigentlich der Sinn dahinter ist, weniger für unser Ego, das ist auch damit ein bisschen befriedigt, aber es geht eigentlich wirklich darum, dass ihr hier aktiv helft, ja, und wir haben hier keinen Patreon, wir haben hier gar nichts, wir haben keine Werbepartner, machen wir auch ganz bewusst nicht, aber hier könnt ihr wirklich aktiv uns unterstützen und deswegen wäre das eine ganz, ganz feine Sache, wenn ihr auf den Plattformen, wo ihr uns hört, wo ihr uns bewerten könnt, wenn ihr das dann auch tut, da freuen wir uns natürlich immer. Dann starten wir mal so rein in so eine Staffel, ne, die so mal so anfängt, plötzlich mit drei Episoden, wo man sich immer denkt, drei auf einmal, uiuiuiui. Du wirst lachen, aber wir haben schon das erste Feedback, bevor wir überhaupt die erste Folge zugemacht haben. Ach echt? Ist da WhatsApp was reingekommen? Ja, ich hab was für WhatsApp reingekriegt, die gute Judith hat uns eine Sprachnachricht geschickt und da hören wir mal rein und vielleicht können wir die so ein bisschen als Auftakt und Inspiration für uns nehmen. Hallo liebe Narzizisten, ich hab gestern Rings of Power die ersten drei Folgen geguckt und ich bin wieder voll eingestiegen, hatte vieles vergessen, wie ich festgestellt hab, aber war schnell wieder drin. Großartig, ich fand's wirklich wieder einen tollen Einstieg in das Ganze. Ich bin richtig versunken. Und da muss ich sagen, ich fand jetzt schon diese ersten drei Folgen, die wir sehen durften, besser erzählt als die gesamte zweite Staffel von House of the Dragon. Muss ich sagen, bis zum Ende bin ich immer noch der Meinung, man hätte es auf die Hälfte kürzen müssen, damit das spannender erzählt gewesen wäre. Zum Beispiel diese ganze Geschichte mit dem unterstützt Rhaenyra am Anfang, dann wieder nicht und am Schluss dann wieder und ich frage mich, wozu das Ganze? Also vielleicht ist es in den Büchern besser erzählt, vielleicht hat es da wirklich einen Sinn, aber für mich hatte es jetzt so keiner. Gut, wenn Rhaenyra und Alicent zusammen im Bild waren, konnte man nicht weggucken, das hatte schon eine magnetische Anziehung, kann man so sagen. Aber jetzt bei Rings of Power, klar gibt's da auch ein paar Sachen. Ich hab nicht verstanden, dieser komische Saruman-Nicht-Saruman-Typ und was es mit diesem Kult auf sich hat. Ja, Numenor interessiert mich tatsächlich jetzt auch nicht wirklich, was da so oft passiert, aber Sauron, Hellwand, Anathar, faszinierend so zu gucken, wie er die Elben gegeneinander ausspielt. Und ja, also ich, wie gesagt, ich fand's so toll erzählt, ich war sofort wieder drin, ich bin eingetaucht und ich bin total gespannt auf die nächste Woche, wie es dann weitergeht, was ich bei House of the Dragon einfach nicht hatte. Gut, nur ein kleiner Kritikpunkt schon, also ich mein, diese Ringe, boah, was für hässliche Klunker. Ich mein, in Filmen, da war doch Ninja, hab ich jetzt gerade im Kopf, die war doch viel filigraner. Und auch, dass sie wieder mal über Folgen hinweg in dieselben Kostüme rumrennen müssen, es fällt einfach auf. Ein schönes Wochenende euch. Ja, da war eine Menge drin, viele Sachen, die auch so auf meinen Notizen waren. Und ich hab aber irgendwie so das Gefühl, ich hab, du hast mir noch gar nichts gesagt, ich hab aber irgendwie so das Gefühl, in großen Teilen werde ich der Judith hier auf jeden Fall widersprechen müssen. Mal gucken, wie du das siehst. Kurz noch zur ersten Staffel, die ist ausgestiegen bei Rotten Tomatoes. Was glaubst du vom Audience-Score, wo ist die erste Staffel ausgestiegen? Irgendwo in dem Siebener-Bereich, 70 Prozent, so in der Richtung. Wahrscheinlich waren die Zuschauer, ja, wahrscheinlich haben die keinen, wahrscheinlich eher so 55, keine Ahnung. 38. 38, wow, doch so niedrig gerade, ja. Ja, und die erste, die zweite Staffel ist jetzt eingestiegen bei 60 im Audience-Score und 86 im Critic-Score, wobei es ja auch durchaus so ist, dass manche wohl die drei Folgen früher gesehen haben und dann gab's aber auch ein paar, die haben schon die ganze Staffel gekriegt, uns haben's mal wieder vergessen. Dafür haben sie uns immer fleißig eingeladen zu so komischen Interview-Events, die halt dann jedes Mal in Berlin stattfinden, ja. Was soll der Quatsch, ja, also, nee, sorry, da können wir dann halt leider auch nicht hin. Gut, wir werden, wir werden drüber sprechen. Ich habe die drei sehr vollgeschriebene Seiten. Ich bin gespannt, was du dazu sagen hast. Es geht los mit der Folge Elbenkönige hoch im Licht. Dann haben wir die zweite Folge, wo die Sterne fremd sind und die dritte Folge, der Adler und das Zepter. Ich muss ganz ehrlich sagen, an einer Sache gebe ich der Judith durchaus recht. Ich war erstaunlich schnell wieder drin. Hättest du mich vor den drei Folgen gefragt, wer war wie, wo, was? Also, an manche Charakter wie Adder oder auch hier an den Elf, den Bogenschützen Elb, da hätte ich mich ehrlich gesagt jetzt so ad hoc gar nicht mehr so dran erinnert, auch was mit Isildur da noch war, etc. Also, das habe ich jetzt ehrlich gesagt alles gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, aber ich war dann doch relativ schnell wieder drin. Wie ging's dir? Ja, ich glaube, das liegt auch an der Natur der Sache, dass diese Figuren vielleicht nicht alle so ähnlich sind wie bei House of the Dragon. Also, wir haben ja schon bei House of the Dragon zwar einen Cast, der sich gegeneinander ausspielt, aber man muss die Motivationen alle nachvollziehen. Und ich glaube, der Cast ist ja sogar noch größer und man hat auch nicht diese sehr unterschiedlichen Namen und sehr unterschiedlichen Charakterisierungen. Bei House of the Dragon ist alles grau in grau und manchmal auch schwarz in schwarz. Auch hier in dieser Staffel haben sie es hier gemacht. Ich kann es nachvollziehen, aber mir ging es genauso. Ich war relativ schnell wieder drin und habe mich dann sogar an Sachen wie, das ist jetzt eher wie der Buch, Sachen wie den Berek erinnert, das Pferd. Eine Sache, die ich an der Stelle auch durchaus positiv erwähnen möchte, weil ich das besser finde, dass man diese drei Folgen genutzt hat, auch wirklich so, außer jetzt den Elben-Erzählstrang und den Sauron-Erzählstrang, dann doch wirklich in der einen Folge erst die Elben zu machen, in der nächsten Folge erst die Zwerge zu machen und dann in der nächsten Folge Numenor zu machen. Das fand ich ehrlich gesagt so schlecht gar nicht, hat mir ausnahmsweise sogar gefallen. Wenige Sachen, die mir hier gefallen haben, Inszenierung ist grottig, da habe ich mir einige Beispiele aufgeschrieben. Aber das fand ich ausnahmsweise mal wirklich gut, das hat mir gefallen, weil das dann doch, gerade bei House of the Dragons, da wirst du dann doch, wenn du dann so zwei Jahre nicht geguckt hast, doch ziemlich ins kalte Wasser geschmissen. Ja, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass einfach diese drei Episoden rausgekommen sind. Jetzt denkt dir mal, die hätten jede Woche eine Episode rausgehauen, dann wäre es nach drei Wochen vielleicht mal wieder bei Gil Gallat am Ende gewesen. Und hier natürlich sind immer noch, übrigens auch sehr lange Folgen, alle über eine Stunde lang, da muss man schon ganz, so wie einen Teil Herr der Ringe muss man hier gucken, so ungefähr. Ja, sie haben das ein bisschen besser aufgeteilt, als es in Staffel 1 gemacht haben, aber ich fürchte, es liegt mehr daran, dass sie drei Folgen auf einmal rausgebracht haben, als dass es so gut strukturiert ist. Ja, maybe, aber dann ist es ja auch okay, denn dann ist es vielleicht eine dieser Serien, die man sich lieber am Stück anguckt, weißt du? Ja, dann, wobei ich sagen muss, die drei Folgen, ich habe sie dann sonntags am Stück geguckt, nicht total hintereinander weg, sondern war dann zwischendurch nochmal unterwegs, habe dann die dritte geguckt. Es ist schon, es ist schon sehr ermüden, ein bisschen, aber gut. Total, wir haben die Freitag, Samstag und Sonntag geschaut, eigentlich wollte man Samstag die zwei und drei schauen, aber ich bin bei drei am Anfang dann eingeschlafen, weil so viel Konzentration hatte ich dann doch nicht, über nach einem 30 Grad heißen Tag dann mir die ganzen Szenen reinzuziehen und auch zu gucken, dass man alles erkennt. Ja, jetzt habe ich sie gerade eben noch ein bisschen indirekt dafür gelobt, dass wir sofort wieder drin waren oder relativ zügig wieder drin waren, dass man sich dann doch erinnert hat. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, dass die ersten 20 Minuten, wo wir halt nochmal die Sauron-Story erzählt kriegen, nur aus einem wirklich müh-anderem Blickwinkel und wir jetzt halt wissen, dass Sauron halt jetzt Amus ist und Taschaya getötet hat oder halt Venom ist. Also, ja, und Orks jetzt ihre Rechte haben wollen und eigentlich auch nur völlig missverstandene Wesen sind, also dieser Auftakt war, ich will nicht sagen, er war nicht, also inszenatorisch war er schlecht, denn da gibt es zum Beispiel diese eine Szene, nachdem sie dann, der Ada dann Sauron umgebracht hat, wo es übrigens auch ganz cool gewesen wäre, wenn man dann vielleicht mal so einblenden würde, wann irgendwie was spielt, denn mit Beginn des 3-13. Zeitalters kann ich jetzt als nicht wandelndes Silmarillion jetzt nicht so unbedingt viel anfangen, ja. Das heißt, ich habe erstmal so ein paar Sekunden gebraucht und so gecheckt, ach so, das ist ja irgendwie ein Flashback, dann war das ja, war das ein anderer Schauspieler oder war das der Wickers? Ja, das war ein anderer Schauspieler, der sah ihm sehr ähnlich, der sah ihm sehr, sehr ähnlich, da musste ich auch erst zweimal schauen, um es zu kapieren. Er war ihm sehr ähnlich, es macht schon Sinn aus der Geschichte von Sauron heraus, weil Sauron war ein Gestaltenwandler und er konnte in verschiedenen Gestalten auftauchen und er hat nur erst die Fähigkeit der Gestaltenwandlung verloren, nach Ende des 2. Zeitalters als Numenor untergegangen ist. Vorher hatte er die Möglichkeit, deshalb ist er auch in sowas wie, kommen wir gleich noch drauf, im Gewand von Annatar aufgetaucht, dem Herr der Geschenke, wo man ihn dann nicht, wo die Elben ihn dann nicht erkannt haben. Also er hatte durchaus die Fähigkeit als sehr, sehr schöner und überzeugend, als sehr, sehr schönes und überzeugendes Wesen aufzutauchen. Das hat gepasst, aber dafür war mir der Sauron, den wir bisher, den Hellbrand Sauron und der Sauron, den wir vorher gesehen haben, die waren mir nicht unterschiedlich. Ja, das war das eine. Dann wissen wir halt jetzt, was da in Forward Wave oder wie man das ausspricht, jetzt passiert ist, warum das vereist ist. Okay, habe ich mich aber halt auch noch nie gefragt, warum, war halt einfach so. Und dann kam so der erste inszenatorische Fauxpas von vielen und sie bringen also Sauron um. So, warum so genau, habe ich gar nicht so gecheckt, weil ich erstmal noch wieder reinkommen musste und ich mich erstmal wieder so orientieren musste, wieso, weshalb, warum. Und dann fand ich auch diese Org-Gewerkschaftsgeschichte irgendwie alles ein bisschen komisch, aber okay. Und dann bringt er den halt um und dann fließt sein Orm, was auch immer, so ins Gestein rein. Okay, und dann, dann liegt das da in der Höhle und dann zoomt die Kamera langsam raus und geht auf schwarz. Und du denkst dir, okay, jetzt kommt der Vorspann. Nee, dann wird das schwarz wieder aufgedreht, wir sind an der gleichen Stelle und die Kamera zoomt wieder nach vorne. Und dann fängt dieses Zeug an sich zu bewegen. Und dann denke ich mir so, was für eine beschissene Inszenierung. Also entweder sollte da der Vorspann kommen und sie haben es dann irgendwie dann nochmal umgeschnitten. Da war auch dann nicht irgendwie so 3000 Jahre später oder sonst irgendwas. Also es war halt dann, wenn ich da zeigen will, dass da Zeit vergeht, dann mach halt einen Zeitraffer, dass ich irgendwie die gleiche Stelle habe und dann schneit es dann da rein. Dann kommt dann da Sonne, wie man es halt so macht, wenn man den Zeitlauf, Fortschritt der Zeit machen will. Also anstatt da einmal mit der Kamera zurück zu zoomen, auf schwarz zu blenden und dann wieder von schwarz wieder da rein zu zoomen. Also das war völlig, völlig weird. Und dann kommt also dieser Venom und der krallt sich dann eine Kutscherin. Und dann habe ich erst gedacht, okay, der wird halt jetzt Venom. Also der ist jetzt erstmal so gestaltwandlerisch in Form von dieser Bauersfrau unterwegs. Aber nö, dann hüpft dann der Heilbrand hinten raus. So, okay, aha, habe ich nicht verstanden. Also es war irgendwie so. Ja, also die wollten natürlich irgendwie zeigen, wie das Gestaltenwechsel von Sauron stattfindet. Ich habe mit dieser Szene ein ganz großes Problem, weil Sauron nicht einfach nur so ein schwarzer Venom-Blob ist. Die Maya sind nicht einfach nur irgendwelche, irgendwelcher Gu, der da rumfließt. Es sind halt übermächtige Wesen, Götterwesen. Ich habe jetzt die Tage, dass Silmarillion in der Tat nochmal wie Arne gefangen, weil ich Lust hatte, nach dem Schauen, dass Silmarillion nochmal wieder zu lesen. Und das sind die, nochmal kurz zur Erinnerung für die ganzen Zuhörer, die wir hier haben. Die Welt wurde geschaffen von Iluvata, von Eru dem Einen. Und der hat die Ainur erschaffen. Und die Ainur sind quasi die Engel, die Götter, die es da gibt. Und die teilen sich dann wieder auf in die Valar und die Maya. Und ein Valar, einer der großen Götter, war zum Beispiel Morgoth. Ursprünglich ist er Melkor und das ist wie Lucifer. Das ist der Engel quasi mit der größten Macht, mit den meisten Gaben, aber der alles verdirbt. Und Sauron ist einer der Maya, einer der unteren Götter und damit ein Diener von Melkor oder ein Anhänger von Melkor und Morgoth gewesen. Und die haben Fähigkeiten, die gehen über diese Welt hinaus und die können auch nicht getötet werden. Sauron wird nach Ende vom Heer der Ringe nicht getötet. Seine Form wird zerstört und Sauron ist immer noch zugegen in dieser Welt. Aber so geschwächt und so zerstört quasi seine Form, dass er wahrscheinlich nie wieder in dieser Form zurückkommen wird. Und hier ist es ähnlich. Und gleichzeitig ist es nicht ähnlich, weil im Buch gibt es das nicht. Im Buch ist Sauron wieder nach 500 Jahren im ersten Zeitalter so einigermaßen aufgestiegen, hat wieder Macht ergriffen. Und war dann einfach da, der die Armeen der Orks und so übernommen hat als Stadthalter von Morgoth. War er der natürliche Nachfolger und hat dann so die Macht an sich gerissen. Beziehungsweise hat dann das weitergeführt, was Morgoth ursprünglich mal machen wollte. Da gab es keinen Struggle, da gab es keine Machtkämpfe. Da gab es keinen Ork, der den Hinterrücks mal erschlagen konnte. Also das ist schon eine Sache, die die in der Vermenschlichung von Sauron in dieser Serie sehr stark geändert haben. Vor allem muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich mir jetzt so einen Valar, wenn er getötet wird, irgendwie so als, keine Ahnung, wie so ein Geistwesen oder wie irgendwie so eine interdimensionale Spezies bei Star Trek oder so vorgestellt. Weißt du? Denk an Gandalf. Gandalf ist auch einer der Mayan. Die Istari sind ursprünglich Maya und er hat dann die Form von, er hat die Form von Gandalf von einem Istari angenommen. Und er ist ja auch, hat man in den Filmen war das ein bisschen mystischer. Man sieht ja, wie Gandalf quasi ins Licht geht oder diesen Sternenhimmel über sich drüber zieht, sieht diese Warp-Gondel. Und dann kommt er wieder zurück. Und so müsste man sich's auch eher vorstellen, dass die Essenz von ihm immer noch da ist, aber dass er nur eine andere Form annimmt. Was ja auch, wie gesagt, hier nicht passiert. Sauron wird besiegt im zweiten Zeitalter. Und zwar von den Numenorern. Das ist so ein bisschen ein Spoiler vorab. Der schafft es, die Elben von Eregion und Lindon und so alle hinters Licht zu führen und besiegt die Elben. Der besiegt die Elben. Die ganzen Armeen, die werden von Sauron und seinen Orks niedergeschlagen. Und die einzigen, die zur Rettung kommen, sind die Numenorer. Und die nehmen dann Sauron gefangen. In irgendeiner Art und Weise. Er ist gefangen und der wird nach Numenor gebracht. Und durch seinen Einfluss, weil er halt so ein cleverer Geist ist, führt er, führt das dazu. Dass er den Untergang von Numenor hervorruft, weil er die Numenora verdirbt. Und so ist er eigentlich immer noch da. Und beim Fall von Numenor, als das dann im Ende des zweiten Zeitalters gereinigt wird, das Ganze, verlässt er seine Form des Schönen und taucht danach nur noch als sehr mächtige, sehr schrecklich anzusehende, verunstaltete Figur, als mächtiger, dunkler Fürst auf. Naja, so weit sind wir ja noch nicht. Also statt dann in der Gestalt der Kutscherin rumzuhüpfen, taucht er dann auf, lernt er dann irgendwelche Flüchtlinge kennen. Dann ist er auf einmal auf dem Schiff. Das ist auch so bam, bam, bam. Das Schiff wird dann von irgendeinem Seeungeheuer angegriffen. Dann macht er da eben den Doktor Dudel, sagt dann eben noch so, was auch so ein komischer Satz war, dass er dann so sagt, ich habe Böses getan und dann so fast schon bereut. Was war das denn für eine Nummer? Soll ich das jetzt ernst nehmen? Ich meine, das hätte er ja nicht sagen müssen, wenn er dem alten Mann einfach nur dieses Siegel abnehmen will. Ich glaube, dass dem Sauron in dieser Serie sogar, ich glaube, dass dem Sauron Halbrand-Hybriden schon, dass er noch nicht ganz böse ist, beziehungsweise, dass er von sich nicht denkt, dass er böse ist. Das ist halt dieses typische, ich mache doch am Ende nur Gutes und er kann dann aus seiner Natur nicht heraus. Tolkien hat auch geschrieben, glaube ich sogar, dass Sauron nicht von Anfang an komplett böse war, aber er dann diese Form für sich die ganze Zeit angenommen hat. Ich glaube, sogar während des zweiten Zeitalters war Sauron auch noch nicht komplett verdorben, aber geht immer mehr in die Richtung. Naja, und dann sind wir im Grunde genommen auch schon am Ende dieses Vorspanns angekommen, hüpfen dann auch gleich zu Galadriel, der erfreulicherweise wenigstens von Gil-Galad geglaubt wird, dass Sauron wieder da ist. Also das ist jetzt Gott sei Dank nicht eine von diesen Nummern, du spinnst doch, das stimmt doch gar nicht. Alles gut. Was ich aber nicht verstehe, vielleicht kannst du mir das erklären, warum glaubt sie eigentlich dem Elrond nicht bezüglich der Ringe? Und warum ist der Elrond eigentlich überhaupt so misstrauisch? Und letzte Frage, trägt der Elrond nicht in den Filmen auch einen Ring? Ich weiß gar nicht, ist der ein Ringträger? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich bin mir nicht mit dir. Ich glaube, er bekommt von, nee Moment, es war immer Kirdan, Elrond und Galadriel. Es kann sein, dass er den Ring von Kirdan, dem Schiffsbauer, bekommt. Ich will aber noch mal eine kurze Sache zurück in diesen Vorspann. Ich verstehe, warum er am Anfang dieser Staffel gebracht wurde. Ich denke aber, er wäre sinnvoller gewesen, am Ende der letzten Staffel zu laufen, um diesen großen Reveal noch mal reinzubringen. Aber dann hätte man sich natürlich irgendwas anderes Episches für den Anfang ausdenken müssen. Am Anfang der ersten Staffel hat man natürlich die ganze Erklärung vom ersten und zweiten Zeitalter und sowas, wie die Welt erschienen ist. Und dann hatte man wahrscheinlich versucht, was ähnliches Episches hinzubekommen. Wo ich aber ein gewisses Problem mit habe. Du bist aber auf Elrond eingegangen. Elrond ist derjenige, der immer schon vor, ich glaube auch in den Büchern, vor Annatar gewarnt hat. Eigentlich Gil, Galat und Elrond und Galadriel sind diejenigen, die ab einem gewissen Zeitpunkt Annatar nicht mehr vertraut haben. Hier in der Serie ist das komplett anders. Hier finden die es früh raus, dass quasi Halbrand Sauron ist. Macht Sinn für die erste Staffel innerhalb dieser Serie, das herauszufinden. Aber die Elben finden es erst ganz, ganz spät raus, dass derjenige, der denen bei den Ringen geholfen hat, überhaupt Sauron ist. Und da ist es schon zu spät. Auch hier kommen wir wieder zum Schmieden der Ringe. Die drei Ringe werden eigentlich im Geheimen noch von Gil-Galat, nee, von Kjerdan und Gil-Galat und Galadriel irgendwie zusammengeschmiedet. Auf jeden Fall schmiedet Gjerdan, ohne dass Sauron einen Einfluss darauf hat. Bitte? Nee, Kjerdan. Achso, Entschuldigung, Kjerdan. Kjerdan, ja, ja. Kjerdan, hast du recht, diese Namen. Hast du vollkommen recht. Also Kjerdan schmiedet die drei Ringe, ohne dass Sauron noch einen direkten Einfluss hat. Das wolltest du sagen. Ja, Kelly Brimboer, der ist ähnlich im Buch. Der ist von seinem, ja, der ist von seinem Talent, sein Talent möchte er einsetzen. Der ist wirklich sehr eitel. Er wird nicht so im Detail beschrieben, aber das passt schon in die Interpretation der paar Zeilen rein, die von ihm im Buch stehen. Ah, das ist witzig, weil ich hatte mir nämlich, wenn ich da kurz einen einhaken darf, das ist interessant, weil das hatte ich nämlich auch mehr irgendwann mal ist notiert, ist der Kelly Brimboer nicht unglaublich eitel für einen so weisen Elb. Aber das ist also, das soll so sein. Das ist so ein Charakter, okay. Das ist auch unter Elben nicht selten, dass sie so eitelig eingebildet sind. Vor allen Dingen, wenn man sich so ein bisschen die Elben des zweiten und ersten Zeitalters anschaut. Noch mehr das erste Zeitalter. Es wurde ja hier auch wieder ein Name-Drop von Beleriand gemacht innerhalb der Folgen. Also das große Reich der Elben, was eigentlich Teil von Mittelerde im ersten Zeitalter war, was aber im Krieg des Zorns untergegangen ist und zerstört wurde und jetzt unter dem Meer liegt. Quasi Atlantis untergegangen, das Heilige Reich. Und es gibt ganz viele Geschichten über die Elben, aber die halten sich auch für besser. Oder viele der Elben halten sich auch für besser und sind auf einer ganz anderen Ebene unterwegs, als es hier ist. Aber zurück zu deinem ursprünglichen Punkt. Elrond, und da hatte ich recht. Elrond, Galadriel und Gil-Galad haben Annatar nicht getraut. Deshalb haben sie die drei Ringe vor ihm versteckt gehalten, bevor er irgendeinen Einfluss darauf nehmen konnte. Er hat aber vorher schon die sieben und die neun, also die sieben für die Zwerge und die neun für die Menschen geschmiedet mit Caleb Rimbor zusammen. Nur auf die drei hat er keinen Einfluss. Ich glaube, er wusste eine Zeit lang auch gar nichts von diesen dreien. Sodass die relativ unbeeinflusst von dem einen Ring und von Sauron ihre Macht ausüben konnten. Und dementsprechend auch hier, wie sie es hier auch in der Serie zeigen, die Macht der Elben in Mittelerde erhalten. Okay, und das muss ich ganz ehrlich sagen, so dieser ganze Ringentstehungsprozess, der ist mir, und auch was die Ringe für Kräfte haben, etc., das ist mir alles irgendwie nicht so hundertprozentig klar. Also, die haben dann diese Ringe, ja, und dann kommt dann das Licht raus und dann wird diese Krankheit, diese Fäulnis, wieder zurückgedrängt, dann sind die alle happy, okay. Wir können ja auch davon ausgehen, dass der Sauron dahinter steckt, dass in Khazad-Dum das Licht ausgegangen ist, damit die Zwerge halt einen Schmerz haben und auch solche Ringe haben wollen. Und dann wird er noch irgendwas mit den Menschen machen, damit die auch welche haben wollen, okay. Got it. Aber irgendwie ist das mir so, ah, sie machen sonst so viel Exposition an Stellen, wo es nicht nötig wäre. Aber hier fehlt mir wirklich so dieses, die Magic der Ringe, die Macht der Ringe, was die mit den Trägern machen. Dann, weißt du, als Frodo den Ring anzieht oder als Galadriel mal den einen Ring dann da sich vorstellt, was wäre, wenn sie den einen Ring hätte, oder Frodo den so anzieht, dann wird das auch inszeniert, was dann eben mit denen passiert, indem sie dann in dieses andere Reich wechseln und bla bla bla. Und dann hast du irgendwie so ein Gefühl dafür, okay, was passiert, abgesehen von der objektiven Tatsache, dass er natürlich unsichtbar macht, so. Und, 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 und hier, da stecken die sich die Ringe an, ja, und dann kommt dann da irgendwie das Licht in diesen Wehrholzbaum und, ja, und was, und an alle sagen irgendwie so, ah, ich fühle mich jetzt irgendwie besser oder anders, also so. Aber es wird irgendwie halt nicht gezeigt, also ich habe da wirklich so, die, die, die Bedeutung dieser Ringe ist mir klar, weil die Serie so heißt, weil das Buch so heißt, etc., pp., aber wüsste ich das irgendwie nicht. Auch diese Heimlichtuerei irgendwie, das ist alles sehr, 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 also wenn du eine Sekunde wegguckst, dann siehst du zum Beispiel nicht, dass der Anatar dann, also der Halbran, Anatar, Sauren, whatever, dass er dieses Stück Mithril, was ihm die Zwerge bringen, ein bisschen länger in der Hand hat. Oder andersrum gesagt, erst als du jetzt es mir gesagt hast, mit den Elbenringen, ist mir eigentlich jetzt erst bewusst geworden, ach so, der hat wahrscheinlich das Mithril für die Elbenringe nie in der Hand gehabt, so wie jetzt hier. Und deswegen hat er da gar nicht seinen schlechten Einfluss drauf. Das heißt, die Elbenringe sind ja unter Umständen dann sogar noch richtig gute Ringe, also gar keine sauren, bösen Ringe. In der Tat, ja, die Elbenringe, zu den Eigenschaften von den Ringen, da muss man auch schon nochmal tiefer graben, um die Nähe, um sich die Nähe in Erinnerung zu rufen. Ich habe es jetzt noch so ein bisschen zusammenbekommen. Also, es gibt Naya, den Ring des Feuers, ein roter Ring, den hat Kirdan bekommen und den hat Kirdan später zu Gandalf gegeben. Dann gibt es Nenya, der Ring des Wassers, der weiße Ring, Rang auf Adamant. Da ist im Buch der Twist, dass da Mithril mit eingearbeitet wurde. Den hat Galadriel genommen, um, ja, Lothlorien mit der Macht der M zu füllen und sich so ein bisschen vor ihm zu verstecken. Dann gibt es Vilja, den Ring aus Luft, den blauen Ring, oder Ring aus Saphir. Den hat Gil-Galad bekommen und nach dem Tod von Gil-Galad wurde der an Elrond weitergegeben. Ah, okay. Und seine Macht wurde aber nie wirklich, seine Kräfte wurden nie wirklich so richtig erklärt, soweit ich das jetzt gerade richtig lese. Das sind so ein bisschen die Elbenringe, deren Eigenschaften bewusster erklärt worden sind von Tolkien im Lore. Bei den Zwergen- und Menschenringen ist es noch ein bisschen anders. Da kann ich aber gerne fürs nächste Mal nochmal schauen, ob wir mehr über die Kräfte davon wissen. Aber das sind auf jeden Fall die Elbenringe. Und die Elbenringe sind halt, wie gesagt, besonders, da sie die einzigen Ringe sind, die außerhalb des Einflusses von Sauron entstanden sind. Ja, mach das doch mal. Das wäre, glaube ich, wirklich für alle, die uns auch zuhören, für mich sehr hilfreich. Weil, ich sage mal, der eine Ring ist halt, du steckst da an, bist halt unsichtbar. Okay, gar nicht. Aber bei den anderen Ringen ist mir irgendwie gar nicht so klar, was machen die denn jetzt. Okay. Also Elrond wird dann später nochmal zum Ringträger, aber erst dann nochmal später. Jetzt haben wir aber die eine Frage, warum er jetzt so misstrauisch ist, noch nicht so hundertprozentig beantwortet. Weil wir jemanden brauchen, der misstrauisch sein muss. Das Skript verlangt es. Okay, gut. Das ist ein Plot-Device, würde ich mal so sagen. Eigentlich sind ja, wie gesagt, Gil-Galat, Galadriel und Elrond die Skeptischen in den Büchern. Jetzt hat Elrond so die Hauptrolle da übernommen. Ja, der Gil-Galat, der ist überhaupt nicht skeptisch. Der hat vorher von den Ringen noch nie was gehört und schubs will er einen haben. Ja, aber dafür ist ja auch Mithril so ein bisschen das Plot-Device, um alles heilbar zu machen. Und er sieht ja auch, wie diese Fäulnis in den Bäumen, die Macht, der eben angreift, was ja auch etwas ist, was nicht nach einem Ansatz seiner Weise in den Büchern kam. In den Büchern ist es so, die Elben verlassen einfach Mittelerde, weil sie dieser Welt überdrüssig sind und ins heilige Land rüberziehen. Und dadurch schwindet auch der Einfluss der in Mittelerde. Und das sind so die letzten großen Reiche, Eregion, Lindon und die Grey Havens. Das sind so die letzten großen Bereiche im Zweiten Zeitalter, wo überhaupt noch Elben vorhanden sind. Ansonsten breiten sich mehr und mehr die Menschen, gerade auch durch den Einfluss der Numenora aus. Und Sauron möchte natürlich auch seine eigene Macht in Mittelerde festigen. Ja, dann sind wir, wir kommen gleich zu Sauron nochmal zurück. Aber da war dann wieder so eine kleine inszenatorische Schwäche. Dann haben sie also diesen Disput, die drei Elben über die Ringe. Der Elrond ist dann bockig, nimmt die Ringe und springt den Wasserfall runter. Und dann sagt dann der König so, schnell hinterher, sucht ihn. Und diese Wachen, die drehen sich halt wirklich in Zeitlupe um und latschen, als hätten sie alle Zeit der Welt aus dem Bild. Weißt du, das sind solche Kleinigkeiten, wo ich denke, das muss doch der Regie auffallen. Der stürzt sich darunter. Der Heile ist geboten, wir müssen diese Ringe haben. Da muss ich doch sagen, schnell hinterher und dann müssen die sich umdrehen, dann müssen die da rausrennen. Dann muss ich doch Hektik inszenieren. Nö. Genau, der einzige Grund, warum Elrond jetzt überhaupt da abhauen muss und vor denen flieht, weil später bei Kierdan flieht er ja jetzt nicht mehr. Gut, das war die Ablenkung, damit Kierdan mit dem Schiff abhauen kann. Aber der einzige Grund, warum man da abhaut, ist, damit Kierdan in diese Geschichte eingeführt wird. Das ist der einzige Grund, warum dieser Konflikt da ist und Elrond mit den Ringen abhaut. Hast du auch verstanden? Ich glaube, die erste Staffel hat doch auch nicht damit geendet, dass Galadriel und Elrond sich gegenseitig verfolgt haben. Da musste ich auch in dem Moment erstmal reinkommen. Ich dachte, die reiten jetzt zusammen Richtung Lindon und dann versucht Galadriel, Elrond die Ringe abzunehmen. Hat Elrond am Ende der ersten Staffel sich die Ringe geschnappt? Kann ich mich ehrlich gesagt auch nicht mehr so ganz genau dran erinnern. Also die haben ja dann diese, es gibt ja den Reveal des Halbrand, dass er sozusagen Sauron ist gegenüber Galadriel. Und dann, also ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Und das war auch so eine Szene, die habe ich, ich dachte erst, die machen so Spaß. Ja. Die spielen Fangen. Ja. Irgendwie, also da siehst du eben, wie inszenatorisch mangelhaft das einfach ist, weil es nicht klar wird. Und auch dieser Meister Kierdan, der war dann so einfach bumms da. So bumms, der war dann so da. Der fällt runter, du siehst ja, weißt du, du musst doch wenigstens mal irgendwie inszenieren, dass der Elrond dann irgendwo aus dem Wasser krabbelt oder sowas. Ja, was musst du doch machen und bumms, ist er dann, ist er dann einfach bei dem. Ja. Und dann sagt er ja, ich helfe dir, ich schmeiße das dann irgendwo tief in die, in die Spalten des, des Ozeans. Ja gut, das macht er ja dann auch nicht. Und dann ist er dann da schon zu dem, ist er dann auch so diesem Ringversuchung erlegt? Also haben diese Ringe auch so eine, so eine Versuchung an sich? Sie versuchen es ja, sie versuchen es ja in der Serie ein bisschen in der Richtung rüber zu bringen. Aber ja, das war sehr holprig inszeniert. Das fand ich, fand ich auch definitiv. Vor allen Dingen, man sieht ja auch nicht, wie Kierdans Beweggründe sich wechseln oder wie sich seine Motivation wechselt, wie er die Erleuchtung hat und dann plötzlich doch mit den Ringen umdreht. Vor allem weiß er halt auch sofort was zu tun ist. Also diese Ringe sind komplett New Tech. Ja, du gibst also irgendjemand, keine Ahnung, von 1895 ein iPhone in die Hand und er weiß sofort, ach so, ja klar, Bräune, Steckdose muss ich aufladen. Kierdans ist übrigens auch so eine tragische und große Figur in diesem ganzen Konflikt. Als die Elben das erste Mal erwachen, da sind sie irgendwo, ich glaube ganz weit im Osten, Nordosten, erwachen sie an einem See und erblicken das Sternenlicht. Und dann kommen die Valar an, um sie ins Heilige Land zu bringen. Die Reise ist aber so lang und langwierig, dass einige der Elben zurückbleiben und sich an verschiedenen Orten in Mittelerde niederlassen und andere dann mitreisen. Und Kierdans hat es aus irgendeinem Grund am Anfang nicht geschafft, mit ins Heilige Land zu fahren und bleibt dann eine ganze Weile da. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob er überhaupt jemals damit rüberzieht, bis er am Ende des dritten Zeitalters mit den Ringträgern rüberfährt. Aber er ist auch einer dieser, die nie das Licht der Bäume gesehen haben oder irgendwas und nie im Heiligen Land waren und immer in Mittelerde verwachsen waren. Und er ist halt der Meister der grauen Häfen und bleibt dann auch bis wirklich die Letzten aus Mittelerde abziehen. Also der ist von ganz früh dabei, quasi ganz, 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 ganz früh und war die ganze Zeit immer da. Und ist auch wirklich dementsprechend einer der wahrscheinlich größten und mächtigsten Elben, die es in dieser Zeit überhaupt noch gibt. Licht ist auch ein schönes Stichwort, das hätte einigen Szenen auch mal ganz gut getan. Eikaramba, war das wieder dunkel. Es war bei Tageslicht im Wohnzimmer nicht guckbar. Es war nicht guckbar. Auf einem großen 65 Zoll Fernseher bei Tageslicht war es nicht guckbar. Sorry, was soll das? Was soll das? Absolut. Ich war im Flugzeug, weil wir nach Dänemark geflogen sind zurück. Ich dachte irgendwie, da könnte ich erstmal die Folgen einmal schon vorsehen auf meinem Handy. Aber ich habe auch, selbst obwohl ich ein aktuelleres Handy habe, was eine extreme Leuchtkraft hat, hatte ich echt Probleme in diesen dunklen Szenen zu sehen, als der Wolfshund da aufgetaucht ist. Zum Beispiel. Ich habe nur schwarz gesehen. Ich habe nur schwarz gesehen. Ich habe nicht gesehen, was da passiert ist. Ich habe es nur gehört. Auch später bei Isildur mit den Spinnen. Was ist da passiert? Aber ich habe keine Ahnung was. Und dann auch immer dieses hell-dunkel-hell-dunkel. Diese krassen Wechsel die ganze Zeit. Es war einfach wirklich nicht gut. Und dann sind wir plötzlich in dieser Kirdan-Story und zack, wir sind bei Gandalf. In einem Traum. So völlig unvermittelt. So, hä? Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Dann sind wir plötzlich wieder bei Gandalf und Nori für eine Weile. Sehen dann, dass die von irgendjemandem verfolgt werden. Das ist aber auch so dunkel, dass man gar nicht genau sieht, wer das irgendwie. Oder man merkt nur irgendwie, da bewegt sich was. Und dann sind wir auch nach zwei Minuten auch schon wieder weg. Sie hatten Hunger und dann sprengen sie halt einen Baum. Das dauert ewig. Und dann fressen sie halt Käfer. Okay, gut. Okay, dann geht's halt weiter. Und plötzlich ist dann, in der nächsten Szene ist dann einfach Poppy dann da. Also, das letzte Mal, als wir Gandalf verlassen hatten und Nori verlassen hatten, also jetzt hier in dieser Folge, haben sie also diesen Baum gesprengt, um da die Insekten als Nahrung rauszuholen. Und das nächste Mal, wenn wir sie sehen, verstecken sie sich in Felsen, haben auf einmal ein Stolperdraht aus dem Nichts her gezaubert. Der aber auch so völlig offensichtlich da rumliegt, über den Poppy aber dann gar nicht drüber stolpert, sondern von oben wird ihr dann der Sack drüber gestolpert. Und bevor du überhaupt gerafft hast, was passiert, ist die Szene auch schon vorbei. Und ich meine, wir haben beim letzten Mal noch gesagt, schade eigentlich, dass Poppy nicht dabei ist, weil so ein Gamweiß-Gamtschi brauchen die eigentlich alle. Ja. So ein Sum. Ja, ja, ich finde es auch nett, dass sie die dazu gebracht haben. Aber das ist so ein klassischer Füller. Die sind auf der Reise und bis die wichtigen Sachen passieren, dauert es. Das war ja auch die Story in der ersten Staffel mit denen. Da ist nichts wirklich passiert. Also da ist wirklich nichts passiert. Der hat sein Gedächtnis nicht wieder erlangt. Er hat irgendwie so ein paar Kräfte bekommen und sie hat sich entschieden, mit ihm loszugehen. Das war's. Und jetzt sind sie auf der Reise. Ich fand es ja nochmal nett, dass sie dieses This Wandering Day-Lied nochmal mit reingebracht haben. Dass es wirklich eine Interpretation ist und was ja auch schön ist dadurch, dass alte Lieder überliefert werden und dann noch ein gewisser Sinn dahinter ist. Das ist jetzt unbedingt der Sinn für diese Reise von denen. Das ist schon ein bisschen weit hergeholt. Ja, schon. Aber das ist weiterhin eins meiner, ich finde den Soundtrack weiter gut. Absolut. Und ich spiele dieses Lied und ich habe es mir in den letzten zwei Jahren immer mal wieder durchgehört. Und ich kenne den Text sogar auswendig, weil ich das sehr, sehr gerne mag. Also ich könnte auch eine längere Version davon gerne bekommen. Ja, also der Soundtrack ist nicht das Problem bei dieser Serie. Absolut nicht. Sag mal kurz nochmal zurück, woher weiß eigentlich Galadriel und Gil-Galad sofort, wo der Elrond eigentlich ist? Also um jetzt wieder zum Meister Kierdans hüpfen. Also woher weiß sie das? Einerseits Plot-Convenience, andererseits hat sie ja erklärt, dass Elrond sich eigentlich nur einem alten, mächtigen Freund, der Einfluss hat, zuwenden kann. Und da ist dann der logische Mensch-Elb-Kierdans. Sehr gut. Gehen wir mal, ja? Was mich übrigens zu einem anderen Punkt bringt, die haben es ähnlich wie Game of Thrones gemacht. Wenn man sich die Karte anschaut, dann werden manche Reisen extrem lang gezogen bei denen. extrem lang gezogen, wie Nuri und Gandalf. Und andere Reisen sind irgendwie dieses Fast-Travel, was man dazwischen hat. Wenn man sich die Entfernung zwischen Eregion und Lindon anschaut, ist die eigentlich ähnlich weit zu Mordor. Na okay, Kasadun ist ein bisschen näher auf der Karte. Deshalb können die Zwerge schon eher da hinkommen. Aber dass jemand von Mordor genauso schnell da hinkommt wie die Elben aus Lindon und noch die Möglichkeit hat, die Hinterrücks zu überfallen und dass die Abgesandte schnell hin und her schicken. Und das dann jetzt plötzlich so lange dauert, dass es mir kommt, ist von der Karte, passt das nicht so ganz mit diesem Fast-Travel. Okay, ja, dann müssen wir auch mal hier wieder eine Karte zu den Shownotes hinzupacken, damit ihr euch das dann da alle wieder nochmal zu Gemüte führen könnt. Ich weiß nicht, wollen wir noch eben kurz bei Gandalf bleiben, das geht am schnellsten. Ja, ist so. Es ist im Grunde genommen, er hat einen Traum von seinem Zauberstab. Er kriecht dann am Ende auch einen Zauberstab. Der sieht allerdings eher aus, als hätte Charlton Heston den beim Zehn-Gebote-Film vergessen. Er hält ja einen Plan. Ja, der hält auch nicht lange genau, der geht dann sofort irgendwie kaputt. Und ja, was sind denn das für Speer, die den Ganzen dann da folgen? Ist das dann in der Tat, ist das hier Saruman in the Making? Das ist eine gute Frage. Könnte man lange drüber spekulieren, weil Saruman der Weiße ist eigentlich als Saruman der Weiße rübergekommen. Eigentlich sind auch die Zauberer zusammen erschienen am Anfang des dritten Zeitalters, um eine Bastion gegen Sauron zu bilden. Das ist jetzt hier wirklich komplett umgedichtet. Ob Saruman jetzt früh angekommen ist und jetzt sich in Harad da unten versteckt, irgendwo im Osten, im Südosten unterwegs ist, seine eigene Macht aufbaut, es passt eigentlich nicht vom, es passt überhaupt nicht von der Story, aber vom Gehabe, vom Getue des Schauspielers würde Saruman schon wieder eher reinpassen. Also deshalb kann man hier extrem spekulieren. Ja, der Schauspieler ist übrigens Sirian Heinz. Ach so, der Charakterkopf, den habt ihr auf jeden Fall gesehen als Cäsar, wenn ihr die sehr, sehr gute Serie Rome geguckt habt vor ein paar Jahren, die HBO-Serie. Den könntet ihr in letzter Zeit in The Terror gesehen haben, auch auf Amazon, kann ich auch nur empfehlen. Und ihr habt ihn auf jeden Fall in Game of Thrones gesehen, nämlich, da war er, und jetzt musst du ganz stark sein, denn das war mit die schlimmste Übersetzung überhaupt, war nämlich Man's Raider, oder auf Deutsch Manke Raider. Das war der? Ja, genau. Okay. Das ist, nee, Moment, hä, ist der das wirklich? Ja, ist er, ja. Okay, den habe ich nicht erkannt. Den, den, den kenne ich, den Schauspieler, den habe ich überhaupt nicht, den habe ich nicht mehr ansatzweise erkannt. Okay, interessant. Ja, und ich sehe den immer sehr gerne, und von daher, ich habe ihn aber auch. Er ist so ein Charakterkopf. Er ist so ein Charakterkopf, und ich dachte im ersten Moment so, ach guck mal, da haben sie aber einen irgendwie schon so ein bisschen so auf, auf Christopher Lee, so ein bisschen so Hager, ne? Und da muss ich ja sagen, mag ich ja bei Amazon diese Instant-Schauspieler-Einblendung, die man sich machen kann. Ja. Die finde ich da, finde ich richtig gut. Und dann habe ich eben guckt, wer ist das denn? Und dann sehe ich so, Siren Hines. Ich so, ah, cool. Oder Kira, das ist ja, glaube ich, wird es ausgesprochen. Kira und Hines. Ja. Er wird bei IMDb nur als Dark Wizard bezeichnet. Ja, genau, stand dann da auch, Dark Wizard. Ja, ganz genau. Und bei Gandalf steht halt auch immer noch The Stranger dran. The Stranger, ja. Ist Gandalf, aber wenn sie es noch so geheim halten wollen, was alle wissen, ne? Ja, eben, genau. Sie haben ja sogar, sie spielen ja sogar schon mit dem Namen rum. Nuri und Poppy versuchen ja schon einen Namen. Richtig, ganz genau, ja. Ja. Und das war es dann eigentlich auch schon mit den, viel mehr ist in den drei Folgen immer noch nicht passiert. Sie nehmen halt jetzt den gefährlichen Weg durch die Wüste. Okay. Ja, dann sind wir ehrlich gesagt auch bei dem, bei der Gandalf-Storyline schon mehr oder weniger durch. Und auch deswegen, lass uns doch mal zu Sauron hüpfen. Dessen Pläne und sein Vorgehen verstehe ich nicht so ganz. Also, hat er jetzt Kräfte oder hat er jetzt keine? Und warum setzt er sie nicht ein? Was ist denn überhaupt sein Plan? Macht dieser ganze Plan überhaupt Sinn? Warum, wie will er jetzt hinterrücks den A da jetzt wieder auf seine Seite ziehen? Hast du eine Idee, was da sein Plan ist? Wird er noch, ja, spielt der 4D-Schach oder keine Ahnung? Er möchte es ein bisschen anders machen als Morgoth, weil er scheinbar in dieser Adaption so nicht die Machtkraft von Morgoth hat. Aber ist auch in den Büchern so. Er spielt mit den Herzen der Menschen und um sie nicht zu beherrschen, sondern ihre Herzen zu beherrschen. Und das ist genau der gleiche Plan hier. Man sieht das ja so ein bisschen durch den Vorspann, dass er versucht, vielleicht einen anderen Blick zu finden oder eine andere Perspektive auch einzunehmen. Er versucht ja aus seiner Sicht scheinbar doch erstmal Gutes zu tun, bis der dann wieder seine eigenen Wege einschlägt. Und wenn er schon hinterrücks von ein paar Orks erschlagen werden kann, wo seine Macht nicht reicht, dann muss er andererseits Macht für sich bekommen. Und diese Macht sieht er wahrscheinlich, kann ich nur vermuten, aktuell in den Ringen. Und wenn diese Macht in die Ringe reinfließt, dass er die vielleicht sogar durch den einen Ringen beeinflusst, dann hat er einen viel klareren Hook in allen drin, als wenn er sie nur mit reiner Mannstärke niedermetzelt. Und in dem Celebrimbor, dem Eitlem V, hat er halt dann eben genau den willigen Helfershelfer, den er braucht. Ja, das fand ich übrigens auch, klar, die haben sich in diese Ecke geschrieben, aber jetzt müssen sie fortwähren, bis alle Ringe geschmiedet sind, Galadriel und Elrond forthalten da. Oder so ein Heidens Sieg-Spiel spielen, wo die nicht sagen können, die dürften ja jetzt nicht sagen, Halbrand ist Saurand, dürfen sie ja nicht vom Celebrimbor sagen, sonst wird das direkt erkennen. Und dann wird er wahrscheinlich überhaupt nicht mehr weitermachen, sondern die müssen alle aneinander vorbeireden, wenn die überhaupt da ankommen. Oder er wird sie gar nicht ins Land lassen, aber wie wir jetzt in diesen Folgen gesehen haben, werden sie ja so ein bisschen eine Story drum stricken und sagen, ja, ich schmiede keine Ringe mehr, die Schmiede wird abgebaut, alles ist gut und im Geheimen schmiedet er es irgendwie doch weiter. Und das ist so eine Art von, ja, Telenovela, das ist so ein Gute-Zeit-Schlechte-Zeit-Drama, was ich nicht weiß, ob ich es hier unbedingt sehen möchte. Ja, so ein bisschen Boulevard-Theater, ja, eine Tür geht auf, die andere Tür geht zu und sie haben sich genau über Knapp verpasst. Ja, vor allem, weil er hier auch so die Stelle war, ich meine, hätten die Elben Halbrand einfach rausgeworfen, dann wäre die Story an der Stelle halt auch zu Ende gewesen. Und man konnte auch nicht wirklich nachvollziehen, das haben sie ja wahrscheinlich bewusst offen gelassen, ob Kelly Primbor jetzt schon Bescheid weiß oder nicht Bescheid weiß. Und er wusste ja nicht Bescheid und das haben sie ja durch den Nebensatz erklärt, ja, Galadriel will nicht, dass ich mit dir zusammenarbeite, aber ich möchte irgendwie dann doch, bla. Ich meine, dann wird ja, wir haben ja gerade eben über diese Macht der Ringe gesprochen, das ist nämlich auch so ein Punkt, jetzt erinnere ich mich gerade wieder dran, ja, Moment mal, doch. Aber das war auch wieder inszenatorisch einfach grottenschlecht. Du hast, achte mal drauf und liebe Hörer, achte drauf, es gibt super, eigentlich fast jedes Gespräch ist eigentlich zu Ende, dann wird das durch irgendwas unterbrochen, für wirklich literally zwei Sekunden, drei Sekunden, vier Sekunden und dann geht das Gespräch wieder weiter. Und die Person hat sich schon abgewendet und ist schon gegangen und das ist mir deutlich geworden in dem Gespräch zwischen Gilgalad und Galadriel. So, die reden also darüber, was sie jetzt machen sollen, so und das Gespräch ist, die Szene ist zu Ende, denn der Gilgalad dreht sich um, sagt noch irgendwas und geht. So, dann steckt sich die, die Galadriel den Ring an den Finger und dann siehst du für literally zwei Sekunden siehst du Halbrand, aka Sauron und dann geht das Gespräch zwischen Galadriel und Gilgalad weiter, nur dass sie diesmal halt draußen auf dem Gang stehen. Aber sie machen genau an der gleichen Stelle weiter, eigentlich erzählen sie das gleiche gerade nochmal. Und du raffst halt einfach nicht, war jetzt diese zwei Sekunden Sauron, war das jetzt eine Vision, weil sie den Ring angesteckt hat oder hat es irgendjemand im Endcut einfach vergessen rauszuschneiden? Nein. Du raffst als Zuschauer sofort, aha. Das ist die Folge von dem Ring. So, und hier steckt sie sich den Ring an und dann siehst du irgendwie zwei Sekunden Halbrand im Regen stehen, aber du hast überhaupt nicht gecheckt, was das jetzt soll. Hat sie den jetzt gesehen oder, weil der steht ja dann da auch im Regen. Du raffst das einfach nicht, weil das, da fehlt so dieses Übergang, so das Warpen in die Vision rein, weißt du? Ja. Und ich hab wirklich geguckt, das sind zwei Sekunden und zwei Sekunden bist du dann plötzlich wieder mitten im Gespräch zwischen Gilgalad und Ganadrian, die genau da weitermachen, wo das Gespräch aber eigentlich schon zu Ende war und sie exakt das gleiche dann nochmal erzählen. Und das geht halt die ganze Zeit so, die ganze Zeit sind diese Gespräche so inszeniert. Und das macht es so zäh zu gucken, weil du denkst, okay, diese Sinneinheit ist jetzt zu Ende. Ach nee, geht noch weiter. Aber ich lerne überhaupt nichts Neues. Ich glaube, dass man die wirklich essentiellen Szenen dieser drei Folgen in 20 Minuten runtercutten kann. Wahrscheinlich. Ich geb gleich auch nochmal ein Take rein, wenn wir am Ende der Episodenbesprechung sind, warum aus meiner Sicht wahrscheinlich das auch die falsche Form ist, das als eine TV-Serie zu adaptieren. Ich hab einen ganz interessanten Beitrag vom Nerdwriter gesehen, der das mal aufschlüsselt, warum Tolkien für Filme gemacht ist und nicht für TV. Aber vorher haben wir ja noch eigentlich ein paar Punkte bei der Menschenseite zu besprechen. Ja, da wollte ich gerade hinkommen, ganz genau. Lass uns mal nach Numenor, Isildo und Co. gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, den guten Isildo, den hatte ich irgendwie vergessen. Und dann ist mir eingefallen, stimmt, das war ja noch die Nachwehen von der Explosion und der Entstehung von Mount Doom, wo die alle, du wirst dich erinnern, in einen tendenziell eigentlich kataklysmischen und mehrere hundert bis tausend Grad heißen Feuer- und Aschesturm eingewickelt waren. Aber ey, da sind alle sehr heil rausgekommen. Nur die Königin, die ist ein bisschen blind geworden, die Königin Regentin. Genau. Übrigens hier auch wieder die Komprimierung. Wir haben wahrscheinlich letzte Staffel drüber gesprochen. Die Komprimierung dieser Zeitlinie, die wir hier drin haben, Isildo, ist im zweiten Zeitalter 3.209 geboren. Und die Ringe der Macht sind geschmiedet worden. Lass mich noch mal ganz kurz gucken, damit ich nichts Falsches sage. Die drei Ringe sind um 1.693 versteckt worden. Also irgendwie 1.300, zwischen 1.600 wurden die dann geschmiedet in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht sogar auch noch früher. Also siehst, in den Büchern ist natürlich das viel epischer aufgezogen. Und wir haben viele Jahrhunderte und Jahrtausende dazwischen. Und hier ist es auf einem gefühlten paar Tage und ein paar Wochen komprimiert. Ja, aber das muss ich ehrlich sagen, wenn du das jetzt nicht so weißt, fällt dir das natürlich so nicht auf. Klar, nein, das geht aber auch wieder in den Punkt, den ich am Ende dieser Folge nochmal reinschmeiße an der Kritik dieser Serie. Aber ja, wir gehen zu Isildur, der jetzt magischerweise überlebt hat und sich dann durchkämpfen kann, ohne dass er irgendwie von den Orks aufgenommen wird. Ach nee, doch, 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 Entschuldigung. Ich habe es ja wieder komplett vergessen. Sein Pferd rettet ihn ja. Ja, das Pferd ist irgendwie wichtig. Ja. Und hat das Pferd noch eine Bedeutung? Ist das irgendwie hier so wie Schattenfell oder sowas? Ja, das sind, die Pferde sind einfach wichtige und mächtige Wesen auch in dieser Welt. Ich weiß gar nicht, ob Berek in den Büchern vorkommt. Kann durchaus sein. Nee, oder nicht. Aber ja, man sieht ja auch wie Schattenfell, Gandalf ist das Wichtige und dann hat man hier entsprechend die Parallelen. Gut, nachdem er dann irgendwas im Dunkeln mit Spinnen gemacht hat, was wir nicht so genau gesehen haben, trifft er dann auf Estrid. Also Kankra auch, ne? Ja. War das Kankra? Ach, war das Kankra? Kankra, ah, okay, gut. Mhm. Hat jetzt kein Namensschild angehabt, hab ich jetzt nicht so gesehen. Eine jüngere Form von Kankra. Ah, okay, verstehe. Und dann trifft er also dann auf Estrid, die sich, ja, vielleicht mal als Spionin von Ada beauftragt war, aber sich ja dann am Ende dieses Mal ja dann rausbrennt. Mal gucken, was mit ihr passiert. Bin ich mal gespannt. Kommen sie dann so im Dorf an. Weil sie das rausbrennt, weil sie nicht entdeckt werden will. Ja, eben, genau, exakt. Weiß man noch nicht. Genau, das wissen wir noch nicht. Und da treffen wir dann auch wieder auf Arondir und Theo, dessen Ohren wir immer noch nicht sehen. Aber die inzwischen so ein Gespräch über ihre nicht vorhandenen Väter hatten, dass es halt einfach jetzt so ist. Also wenn jetzt der Arondir nicht. Kann ich schon noch sein. Also wenn er so ist, dann weiß ich halt auch nicht. Aber okay, gut. Aber erklär du mir bitte mal diesen ganzen Plot in Numenor rund um Pharrason. Ich habe das ehrlich gesagt nur so bedingt verstanden. Und was ich überhaupt nicht verstanden habe, oder ist es wieder so eine inszenatorische Schwäche? Also die Adler kommen dann und retten den Tag und die erwählen Pharrason. Also sagt der Pöbel. Aber woran machen die das denn fest? Ich dachte ehrlich gesagt, der Adler ist einfach nur ein bisschen zu spät zur Krönung gekommen. Ja, eine Sache, bevor wir da hinkommen, klar, das ist sehr verwirrend. Ist übrigens auch für mich verwirrend. Ich bin da auch ein klein wenig ausgestiegen. Wir haben eine wichtige Sache vergessen, dass wir ja einen Hauptcharakter zwischen den Seasons verloren haben. Ah, ist mir nicht mehr aufgefallen. Wen denn? Ja, kannst du dich nicht mehr an Bronwyn erinnern? Die nette Dame, die eine der Hauptcharaktere in der ersten Staffel war. Ja, richtig. Das Spiel von Nazanin Bognadi, die kurz nach der ersten Staffel, glaube ich, erstmal aufhören wollte mit den Schauspielern, weil die sich der Frauenbewegung im Iran anschließen wollte. Und deshalb ist sie nicht für die zweite Staffel zurückgekommen. Sie hat mittlerweile nochmal einen anderen Film gedreht. Aber sie hat auch gesagt, wenn sie wieder Schauspieler hat, dann nur für etwas, was sie auch sehr, sehr wichtig ansieht. Und das muss wohl dieser Film dann gewesen sein. Aber ja, die ist zu einer Aktivistin geworden, sehr löblich. Da hat sie bestimmt auch ein bisschen Geld dafür ausgeschlagen. Und das ist so die andere Schwäche der Serie, dass sie keinen anderen Weg finden, als ihre eingewickelte Leiche da zu zeigen und zu sagen, ach ja, die ist jetzt doch ihren Wunden erlegen, obwohl sie eine der Hauptcharaktere der ersten Staffel war. Danke, ich habe es überhaupt nicht gerafft. Ich habe es, weil ich diesen Charakter halt wirklich völlig vergessen hatte, dachte ich mir, wer ist der jetzt gestorben? Warum bin ich jetzt random bei irgendeinem Begräbnis? Ach, das war die. Sie haben eine kleine Einblendung gemacht, ne? Ja, aber wie gesagt, man muss halt eine Einblendung auch so ein bisschen als Einblendung kennzeichnen, damit es in dieser Bilderflut halt auch irgendwie, also, oh Gott, ne. Sie hätten es ja durchaus auch anders schreiben können, irgendwie ein bisschen das mehr, weil sie war so wichtig in der ersten Staffel und jetzt mit einem Nebensatz rausgeschrieben, das ist jetzt auch dem Charakter nicht wirklich würdig. Da weißt du, dann hockst du den Theo ans Wasser, lässt ihn in den Sonnenuntergang gucken und machst ein paar Flashbacks. Ja, ja. Das ist doch jetzt auch wirklich, da muss man jetzt also das Storytelling echt nicht neu erfinden. Also, wirklich nicht. Da kann man einfach das, was alle machen, machen. Das ist schon gut so, ja? Das hat so seinen Zweck, ja? Und also, ja, wie gesagt, ich dachte mir noch, Gott, wer ist denn da? Jetzt muss ich das jetzt verstehen. Und, ja, okay. An die habe ich halt wirklich überhaupt gar nicht mehr gedacht, weil sie auch in dem Rückblick, also so previously on, halt gar nicht vorkommt. Ja. Ja, versuchen sie wahrscheinlich so ein bisschen so unter der Hand zu spielen, aber das trägt natürlich zu extremen Verwirrungen bei diesem ganzen, auch der Aufbereitung der Serie bei. Ja, also da nochmal, danke für den Hinweis. Wie gesagt, Aron Dias Vio, da können wir ein andermal drüber reden, über die Zwerge werden wir auch gleich noch reden, aber jetzt musst du mir erstmal erklären, Numenor, die Intrigen des Pharrisons. Also, ich weiß ja noch aus dem letzten Mal, dass der da im Grunde genommen schon so ein bisschen intrigiert hat und da sozusagen Kalif anstelle des Kalifen werden wollte, okay. Und jetzt hat man natürlich dann noch eine Regentin, die nicht nur körperlich geschwächt, sondern auch von der Armee her eigentlich mit einer Niederlage im Gepäck oder zumindest so einer halben Niederlage im Gepäck wieder zurückgekommen ist und die sich dann jetzt zur Königin aufschwingen will. Okay, habe ich auch irgendwie verstanden. Und dann wird auch noch gesagt, ja, die Adler, die werden dann irgendwie den richtigen König dann schon finden. Okay, und dann kommt dann der Adler dann auch schon und dann landet der und auf einmal fängt der Pöbel an, Pharrison zu rufen. Und ich habe keine Ahnung, warum. Es hat wahrscheinlich irgendeinen Ursprung im Buch. Aber Pharrison hat noch offener die Macht an sich gerissen in den Büchern. Er hat nämlich die einfach geheiratet und er hat sie zu Kamalin genommen, weil der Tarpalantir, also der König davor, der wurde auch als Tarpalantir bezeichnet, ist der Bruder von Arpharison gewesen und der hat nur die Tochter gehabt und der Arpharison, der wollte die Macht haben und hat dann die einfach gegen ihren Willen zur Frau genommen. Wie? Das muss man sich jetzt denken. Aber dadurch hat er ja erstens die Macht an sich gerissen, zweitens nochmal irgendwie eine Blutsverwandtschaft da geschaffen, die dann auch ein bisschen unheilig war. Aber er war auch einer der Anhänger von Sauron beziehungsweise von einem Kult rund den Saurern schafft, rund um Morgoth, dass er derjenige sein wird, der mitverantwortlich für den Fall von Numenor ist. Aber fragt mich, wie die es anders in der Serie schreiben wollen, ich hab's auch nicht kapiert. Ich weiß, ich hab keine Ahnung, ob die Adler jetzt irgendwie ein großes Symbol dafür sind, dass die einen König erwählen, ob der Adler da ankommt, um eigentlich Miriel zu helfen und die Leute das alles falsch interpretiert haben. Es ist ja nicht so, dass der Adler dann da irgendwie so ein Zepter dabei hat und das dem dann vor die Füße wirft oder sowas, sondern der steht da halt im Park, trampelt durch die Blumenbeete und ja, also ich hab das wirklich überhaupt nicht gerafft. Und dann auch wieder, auch hier wieder Inszenierung. Nicht nur das ist nicht gut inszeniert, nein, mitten in dieser Krönung springen wir dann hin und her mit diesem Kampf im Wald zwischen Aron, dir und Theo und die Sildur. Dieser Unwichtige mit den Wegelagern. Die haben ja, retten ja auch noch das Pferd. Das wird dann so völlig unvermittelt mitten reingeschnitten und auch nochmal hier, liebe Zuhörer, auch das kann man machen, das nennt sich Parallelmontage, ist kein Thema, es wird gemacht, aber meistens sagst du halt, entweder zeigst du dann zwei Handlungsstränge, die entweder zum Beispiel aufeinander zulaufen, also Mörder und Opfer zum Beispiel, oder du zeigst zwei Handlungsstränge, die zum Beispiel diametral gegeneinander stehen, aber dann muss ich es halt auch entsprechend inszenieren. Also hier habe ich zwar natürlich auch Kampf und Krönung irgendwie ineinander, aber ich habe ja zu diesen Personen überhaupt gar keine Verbindung. Also es wäre eine Parallelmontage, die Sinn macht, ist zum Beispiel irgendwie, sagen wir mal, Damon, jetzt sind wir mal in House of the Dragon, er kämpft im Norden auf dem Drachen gegen die Flusslande, käme und ist am Verlieren, weiß der Däufel was, ja, und du inszenierst zeitgleich, wie er im King's Landing auf dem Thron hockt und sich den Wanst vollschlägt. Ja, so, ja, so, das kannst du halt im Grunde genommen machen, weil du zeigst, dem einen geht es gerade dreckig und dem anderen geht es so, aber diese Charakter haben ja was miteinander zu tun. Ja, hier hast du Charakter, die jetzt mal Isildo außen vor nichts miteinander zu tun haben, also nicht unmittelbar, ja, und vor allem mit diesem Krönungsgedöns, nichts zu tun hat und dann ist es halt auch nicht mehr gut gemacht, dann spiegelst du auch nochmal die Szenen und so weiter und so weiter. Hier, Parallelmontage, klassisches Beispiel, der Truchses beim Essen, der die Tomaten frisst und Pippin das Lied singen muss, während draußen gekämpft wird. Klassisches Beispiel, so macht man das, aber nicht so und dann ist es auch stark und dann wirkt sowas auch und dann mit dem, mit dem tollen Darstellung von, von John Noble, dann wirkt es halt bockstark und dann ist es eine Szene, die dir in Erinnerung bleibt, wenn du sie einmal gesehen hast. so. Ja, wie du sagst, es muss eine Verbindung da stattfinden, es muss irgendwie eine Connection sein, es muss, es muss von der Geschichte her passen, also ja, es ist ein gewisses Drama natürlich hier, aber das passt ja natürlich, noch nicht mal ein Verhältnis passt, dieses Drama. Genau und das ist exakt das, was ich meine, weil ich so eine Diskussion da auf so einem Herr-der-Ringe-Forum bei so einer Gruppe da auch hatte, ja, das sind einfach handwerkliche Schwächen und das hat nichts mit Hate zu tun, ja, das sind einfach handwerkliche Schwächen, die lassen sich nicht wegdiskutieren, ja, die muss man einfach auch als Hardcore-Tolkien-Fanboy oder was auch immer anerkennen und halt eben zugeben, ganz ehrlich, ja, ich mag es trotzdem und das bleibt ja auch völlig unbenommen, es trotzdem zu mögen, aber es ist einfach objektiv nachweisbar nicht gut, gilt auch für andere Franchises, brauchen wir heute nicht drüber reden, das hat mit Hate nichts zu tun, du darfst 2001 Odyssee im Weltraum langweilig finden und du darfst auch sagen, dass dir der Film nichts bringt, aber du kannst nicht sagen, dass es ein handwerklich schlechter Film ist, weil dann hast du keine Ahnung vom Film, das muss man dann einfach sagen, dann hast du da halt keine Ahnung von, was auch nicht schlimm ist, musst du auch gar nicht, aber dann, was ich dann immer so lese, ja, die ganzen Kritiker, die haben ja alle keine Ahnung und die kennen sich ja alle gar nicht im Lohrhaus und bla und deswegen schreiben die das nieder, das ist eigentlich das, was ich fast immer hier so lese, ja. Ey, aber allein vom Lohr, komm, die, und, exakt, genau, ja, schauen wir uns allein die Palant hier an oder den Palant hier, den wir hier haben, klar, es wird ein Palanti hier auch, als mächtiges Objekt eingestuft, weil wir wissen im Herr der Ringe, was für eine große Bedeutung die zwei Palantiri hatten, die bei Sauron und bei Saruman waren, aber, um es mal in Perspektive zu setzen, die Numenora hatten sieben von den Dingern oder hatten sogar noch mehr von den, hatten sogar noch viel mehr von den Dingern, sieben davon wurden von Elendil rübergerettet nach Mittelerde, als Numenora untergegangen ist. Und nicht nur einer dabei. Also, das ist ja schon ein großer Unterschied. Ich weiß, warum eine große Sache daraus gemacht wird und wir sind hier schon in einem Zeitraum, wo die Numenora sich schon von den Elben abgewandt haben, aber, dass sie sich so stark von den Elben abwenden, ist eigentlich vom Lor her noch mehr Sauron als anderen zu verdanken, weil der die Numenora verdirbt und gegen die Elben zusammenschweißt. Und dadurch werden einfach überhaupt diese Elbenfeinde und diese Abwehr der Numenora, diese Haltung gegenüber den Elben erst geschaffen. Also, man bringt hier sowieso komplett den Lor durcheinander. Also, mit diesem Argument kann man in dieser Serie meiner Meinung nach nicht kommen. Ja, aber das ist so mit das Standardargument. Oder, dann habe ich auch gelesen, weil ich glaube, eine Kritik vom Bayerischen Rundfunk war das, die hat eben gesagt hat, ja, das ist alles ziemlich langweilig und nicht mal die Schlachten rocken. Wo dann auch wieder in den Kommentaren da drunter gemacht, ja, keine Ahnung von Herrn der Ringe und der wollte diese großen Schlachten sehen. Ich so, nee, du hast nicht mal die Kritik gelesen. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, bei allem, was ich bisher so gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, gehe ich da den meisten wirklich d'accord, weil es sich einfach immer wieder um die gleichen Dinge dreht und das ist am Ende des Tages einfach Skriptinszenierung. Das Schauspiel ist gar nicht mal so schlecht. Es ist ein bisschen holprig, okay. Und ich finde auch optisch, es ist halt einfach alles ein bisschen kitschig drüber, aber das soll halt so. Okay. Gut. Ja, also ein paar Effekte, ein paar Effekte in diesen zwei, in diesen drei Folgen waren aber auch schon hart dran. Ja. Also, wo man wirklich gesagt hat, boah, hättet ihr das nicht ein bisschen schärfer rausländern können? Das sah jetzt nicht wirklich gut aus, wie auf das eine Gebäude eingezoomt habt. Das, es hatte seine Schwächen. Ich würde mal sagen, ein paar von den Schwächen aus Staffel 1, dass es vielleicht so verwirrend war, dass man nicht so eine Stringenz drin hatte, dass man nicht wusste, worauf es hinausläuft, das haben sie jetzt ein bisschen raus. Und es ist ja auch eher spannender, sind wir wieder bei Hitchcock, der lieber das zeigt, was andere nicht wissen, damit der Zuschauer die Ahnung davon hat. Also jetzt als Zuschauer wissen wir natürlich, wer Sauron ist und was er haben will. Und dementsprechend macht es Spaß, dem Schauspieler dazu zu sehen, wie er auch hinterhältig seine Pläne schmiedet und auch Kelly Brimboa manipuliert. Das hätte man schon in der ersten Staffel so machen sollen, weil das hätte die Stakes so ein bisschen erhöht bei dem Ganzen. Weil wir hätten gewusst, was los ist und die anderen wussten es nicht. Und daher, durch hätte der Betrug, oder dass er alle hintergeht, das wäre bei Galariel noch mehr, hätte noch mehr Einfluss gehabt, aus Zuschauersicht, würde ich es jetzt mal behaupten. Und ja, aber inszenatorisch, wie du gerade schon gesagt hast, Schnitt wie Szenen zusammenhängen, das macht die Serie nicht unbedingt besser als die erste Staffel. Und damit komme ich viel, ja. Es ist ehrlich gesagt, und ich überlege gerade mal, müssen wir eigentlich noch ganz kurz, und das ist eigentlich auch so bezeichnet, müssen wir eigentlich noch kurz über die Zwerge reden? Nee, weil bei denen hat sich eigentlich de facto halt auch nichts getan. oder irgendeiner hat denen das Licht ausgeknipst, jetzt haben sie halt eine Not und müssen sich trotzdem doch nach außen öffnen. Und dann gibt es halt drei Gespräche zwischen Durin Junior und Durin Senior und am Ende macht das halt, ja. Und die Zwerge habe ich vollkommen vergessen. Und dabei fand ich die Zwerge noch eines der besseren Punkte in diesen Staffeln, weil es einfach nett ist, den Zwergen zu folgen, wie starr und dickköpfig die einfach sind. Das macht ja wenigstens ein bisschen Spaß, denen zuzusehen. Aber ja, letztendlich passiert da auch nicht viel. Die sehen, wie wahrscheinlich der Berg ist es ja nicht. Es ist ja der, wie heißt dieses Viech nochmal? Der Ballrock. Wahrscheinlich ist es ja der Ballrock, der da sein Unwesen treibt. Das fand ich auch nicht nachvollziehbar. Die Elben haben dieses Riesenproblem, dass denen die Bäume verfaulen und die Macht schwindet. und bei den Zwergen werden ein paar Fenster zugemacht und schon haben die ihre Verbindung zum Berg verloren. Ja, aber kommt das nicht durch dieses komische schwarze Gu, was wir auf der Karte da so sehen? Wahrscheinlich auch so ein bisschen, aber ich gehe eher, also aus meiner Sicht habe ich eher den Ballrock dafür verantwortlich gesehen, auch dass die Fenster, dass die Lichter so einer nach dem anderen ausgehen, nachdem dieses große Erdbeben da war und vor allem ein Riesenstück Stein auf die Brücke fällt, was ja schon eine krasse Parallele zum Herr der Ringe, zu der Inszenierung vom Herr der Ringe ist, als der Ballrock auftaucht. Da wird ja schon indirekt gezeigt, das ist jetzt nicht unbedingt der Berg, sondern der Ballrock, der da sein Unwesen treibt. Ja, okay, also an den hatte ich jetzt gar nicht gedacht, aber gut, sind wir mal gespannt. Da haben wir ja sogar in der Endcredit Szene von der Staffel 1 ja noch gesehen. Ja, okay, stimmt. Ach Gott, an den habe ich ja gar nicht mehr gedacht, du hast vollkommen recht. Stimmt, Gott, oh Gott, ja, hast natürlich vollkommen recht. Ja, das sind halt alles eben solche und da merkt man eben schon, es bleibt einem dann irgendwie alles gar nicht im Gedächtnis, man guckt das irgendwie so weg. Dann, ganz ehrlich, lässt mich halt so eine Ork-Familie mit Baby halt auch irgendwie nur so kopfschütteln, zurück. Ja, also da, da denke ich mir so, okay, also weißt du, man muss halt nicht alles jetzt irgendwie erklären, sondern manchmal darf man in einem fiktiven Werk auch einfach nur abgrundtiefe Wesen haben. Punkt. Und, weißt du, das ist auch bei, muss auch bei, das ging mir schon bei Star Wars so ein bisschen auf den Keks, weil das Imperium sind einfach Weltraum-Nazis und dann sind die einfach Grundweg alle schlecht. Punkt. Dann muss ich denen nicht noch irgendwie eine tragische Kindheit noch allen andichten und das war auch, das war jetzt so ein kleines Ding, aber man sitzt halt da und denkt sich so, okay, was kommt als nächstes Vier-Tage-Woche? Ich kann es ja verstehen, ich kann es verstehen, warum sie diesen Weg gewählt haben für die Serie. Das bringt mich auch wieder zu dem Punkt, den ich eben da reinbringen wollte, den ich ja schon angeteasert habe mittendrin in dieser Folge. Tolkien hat Epic High Fantasy Novels geschrieben. Also, Fantasy ist ein Genre, also ist eine Story mit übernatürlichen Elementen. Das High ist halt ein Subgenre, alternative Welt dabei. Epic ist auch so ein Subgenre, aber meistens geht es um das Schicksal der Welt und dann haben wir noch das Novel, was in seiner Form der Romanen ja verschiedene Formen einnehmen kann. Aber, wichtig beim Tolkien ist einfach dieses Epic, dieses, was eigentlich so eine Kreisgeschichte ist. Man weiß, wo es hinaus ist, es läuft auf ein Ziel hinaus, es ist richtig episch, das Ende der Welt ist klar in Sicht und das muss verhindert werden. Dann haben wir Fantasy, wo natürlich viele Dinge mit reinkommen und ein Teil des Ganzen ist nur Novel und Novel sind Charaktere, die das Ganze so ein bisschen vermenschlichen und denen man hier folgt. im Film ist es so, dass man dieses Epische gut reinbringen kann, weil so ein Film auch, er hat eine bestimmte Zeit, er hat eine bestimmte Länge, vielleicht hat man mehr Teile, aber man sieht klar eine Story, die sich hier abspielt, vor allen Dingen, die bietet sich fürs Epische an und eine TV-Serie aufgrund ihrer seriellen Natur ist halt etwas, was sich durch die Motivation und durch die, wo sich die Story entwickelt, durch die, durch das Agieren der Charaktere und durch alles, was mit den Charakteren passiert, also die treiben die Story voran, ohne dass unbedingt ein Ende da sein muss und das sehen wir hier an dieser Serie, diese Serie lebt durch die Charaktere, die versucht, die Charaktere zu vermenschlichen und verlässt entsprechend diesen epischen Raum und dieser epische Raum ist zwar mit gewissen Teilen im Hintergrund vorhanden, aber man vermenschlicht hier Charaktere, die vor allen Dingen auch im zweiten Zeitalter durch das, was Tolkien nun mal aufgeschrieben hat, so larger than lives sind, das sind Legenden, das sind Mythen, so eine Galadriel, die wird auch im Heer der Ringe nur als jemand gezeigt, als etwas Übermenschliches, was etwas von uns sehr entfernt ist, allein durch ihre Inszenierung, sie spricht in Rätseln, sie, in dieser einen Szene, wo sie sagt, ich kann die Königin der Nacht werden und ihr würdet mich alle lieben und vergehen und das passt und das passt zu dem Charakter, weil auch Elben etwas sind, etwas Höheres als Menschen sind, die sind den Göttern näher als den Menschen, vor allen Dingen in der Art und Weise, wie die geboren wurden sind und was mit denen passiert, wenn die sterben und das ist wieder episch, das ist nicht etwas, womit man sich identifizieren kann, das ist etwas, was irgendwie weg ist und in so einem Film, der lass ihn meinetwegen auch drei, vier Stunden lang sein, kann man das Ganze reduzieren, weil es nicht darum geht, tausende Dialoge da mit reinzubringen, Szenen, wie die sich unterhalten und wie die über ihre Motivationen sprechen, um dann plötzlich wieder einen Switch da mit reinzubringen und ein bisschen künstliches Sobdrama, das muss man in dem Film alles nicht machen und das macht diese Serie, die Serie macht das alles so, die vermenschlicht Elben, die vermenschlicht Sauron, so dass man eigentlich in der Inszenierung dieser Serie, für mich sehe ich fast keinen Unterschied zwischen den Menschen und den Elben, außer dass die Elben wie so ein Arondir mal ein bisschen stärker sind und seine Flipflops oben in der Luft machen kann, wenn sie stärker ist. Ansonsten verhalten die sich doch ähnlich wie die Numenorer sprechen, in einer hohen Sprache, sprechen über das, was hier passiert in den Königshäusern, klar, die Numenorer sind auch Leute, die halt ein bisschen höher in der Stand sind, aber das ist nicht, was wir von vor allen Dingen einer Adaption wie im Simmerion beschrieben und wie in Tolkien beschrieben, erwarten von diesem Walders halt, wie gesagt, larger than life, größer als das Leben, das sind Charaktere, die weit weg von einem sind, die sind episch. Im Heer der Ringe ist es so, der Point of View-Charakter sind es die Hobbits, denen man folgt, aber alle anderen sind deutlich größer. Dann Aragorn, der wird auch von uns ein bisschen weiter entfernt. Er wird erst menschlich, aber er wird zu etwas Größeren. Die Elben sind etwas Größeres. Gandalf, der spricht auch die ganze Zeit den Rätseln, er wird sogar zu Gandalf, den Weißen. Das kann man in dem Film gut darstellen, solange man einen kleinen Teil hat, der immer noch Point of View ist. Und hier wäre das im besten Falle vielleicht Nori oder so ein Isildur in dieser Serie. Tolkien, wie er geschrieben hat und wie er schreibt, ist für Film gemacht, um halt diesen großen Blick darauf zu haben, der nicht zu nah ist, sondern um in Mythen und Legenden zu sprechen und vielleicht ein, zwei Charaktere zu haben, denen man wie in einem Novel, in einem Roman folgt. In der Serie, die, wer weiß was, über wie viele Staffeln geht, muss es zwangsläufig vermenschlicht werden, müssen Motivationen drin sein, die man nachvollziehen kann. Und das ist bei Elben und Göttern nicht unbedingt der Fall, dass das so sein muss. Und das ist für mich genau das Problem dieser Serienadaption, wo ich mittlerweile auch sage, ist vielleicht nicht gedacht, aber gerade das zweite Zeitalter, so entfernt, wie es beschrieben wird, so bibelmäßig, wie es beschrieben wird, ist eigentlich nicht dafür geeignet, es in eine sehr menschliche und charaktergetriebene Geschichte ins TV-Universum, ins TV-Genre mit zu übertragen. Punkt. Vor allem, weil man halt auch sagen muss, wo ist dann der Mehrwert? Ja. Also, ich erkenne den Mehrwert dieser Änderung nicht. Und deswegen sitzt man halt da und konsumiert das irgendwie so ein bisschen und natürlich, ey, alles gut, mag ja sicherlich auch jemanden geben, der das dann, der das abfeiert, alles völlig in Ordnung, aber ja, ich, es lässt mich in vielen Dingen halt irgendwie ein bisschen sprachlos zurück und auch eher so, jetzt nicht im Sinne von, was habe ich da für einen Quatsch gesehen, sondern eher so, aha, okay, ja, dann, mach das halt so, ne? Also, es ist alles ein bisschen, alles ein bisschen seltsam. Wir haben oft genug drüber gesprochen, über Alien und Darth Vader, wie diese, einfach diese Elemente mittlerweile alle entmystifiziert werden, indem man sie über, äh, überbespricht, indem man ihnen Storys gibt, die man vielleicht gar nicht wissen möchte, weil das halt diese größeren, größer als das Leben Charaktere, äh, sind. Und das ist für mich aktuell, egal wie es inszeniert ist, wie das Ganze inszeniert ist, egal wie gut sie schreiben, ist das das Problem, dieser Serie, weil man kann nie, wir brauchen eigentlich diesen Abstand zu, wir brauchen den Abstand zu jemandem wie Sauron. Sauron ist kein Charakter, den man in dem Buch, im Buch näher kennenlernt. Er ist, wie du es eben auch schon gesagt hast, er ist das pure Böse, zu einem Zeitpunkt. Und dieses pure Böse möchte überwunden werden, durch die vermenschlichten Charaktere, wie die Hobbits und die Leute, die durch ihn verführt werden, werden, selbst die Gefährten, die dann ihre Probleme damit haben, dem Bösen zu widerstehen. Und hier versucht die Serie etwas zu machen, wo sie wahrscheinlich im Geiste der Fans nie wird landen können. Ja, wahrscheinlich. Und wenn ich dann halt jetzt bedenke, dass wir in der dritten Folge sind, von acht, und es ist halt nicht wirklich was passiert. Ja, wir wissen, wie wirtschaftlich getrieben die Streaming-Networks mittlerweile sind. Ich bin wirklich gespannt auf die Zahlen, beziehungsweise auf den Erfolg, den die zweite Staffel hat. Weil die Serie ist nicht billig. Und die weiterzutragen, so ein House of the Dragon, um nochmal zu Judith zurückzukommen, darüber wird gesprochen. Da wird übertheorisiert. Da wird, es gibt auch ein paar Red Redding-Momente, die so einen Schockwert haben. Und die, man sollte eigentlich nicht Herr der Ringe mit House of the Dragon vergleichen. Sie haben's, sie ziehen ja den Vergleich heran, indem sie es ähnlich releasen, indem es ähnlich Fantasy ist. Aber es ist ja, Herr der Ringe ist ein ganz anderes Fantasy als ein Game of Thrones. Und ich finde mittlerweile House of the Dragon deutlich besser, auch weil die genau für eine Serie perfekt geschrieben sind, weil es um die Charaktere geht, weil die Charaktere die Story vorantreiben und nicht eine vorbestimmte Story einfach nur abhandeln. Klar, ein bisschen ist es schon, weil es ja eine gewisse Adaption geht. Aber hier im Herr der Ringe, Epic High Fantasy Novel. Es geht ums Epische. Und dieses Epische hat einen Anfang und ein Ende. Und das hat man angedeutet, aber es ist nicht so wie im Herr der Ringe im Film, wo man weiß, der Ring muss zerstört werden und am Ende clasht alles. Dieses Thema haben sie jetzt hier nicht, weil wir wissen, dass es irgendwann zu dem einen Ring kommen wird. Aber so ein Highlight können die Zuschauer vom Epos, die es jetzt nicht so kennen, vielleicht nicht, wissen es nicht. Diese eine, diese eine Vision, die Miriel hat vom Untergang vom Númenor. Das ist eigentlich das große Ding, was in dieser Serie passiert, worauf es, das Finale des zweiten Zeitalters, worauf es hinausläuft. Aber jetzt frag mal irgendeinen der normalen Zuschauer, ob der es absehen kann und weiß, wo diese Serie hingeht. Natürlich nicht. Ich schätze mal, dass 90% der Leute da draußen denken, ah ja, wenn die Serie zu Ende ist, fängt Herr der Ringe der Film an. Beziehungsweise der Hobbit. Sie werden es wahrscheinlich so drehen, so wie sie es komprimieren. Und das ist ja auch völlig okay, sie können es gerne komprimieren. Aber ich finde es, wie ich es auch eben gesagt habe, wahrscheinlich den falschen Ansatz, eine Galadriel so zu vermenschlichen, wie sie es hier machen. Weil stimmst du mir dazu, dass eine Galadriel nicht viel anders als eine Isildur ist, in der Höhe, wie man sie hier ansieht. Also die Elben unterscheiden sich für mich nicht groß von den Menschen oder den Zwergen, die hier gezeigt werden. Die sind alle irgendwie auf einem Level. Absolut nicht. Also diese ätherischen Wesen, die ich kennengelernt habe, diese Galadriel hat auch nichts mit der Galadriel zu tun, die ich kennengelernt habe. Also nicht mal, ich sehe die auch da gar nicht drin. Auch nicht zukünftig. Also da bin ich auch mal gespannt, wie man mir das noch klar machen will und den Charakter schwenkt auch noch. So ein Gandalf von mir aus, da kann sich ja dann noch ein bisschen so draus entwickeln, ist in Ordnung. Und natürlich gehen da ja noch ein paar hunderttausend Jahre oder wie lange, wie viele ins Land, bis die sich dann eigentlich bei Deggy, die Gefährten dann ja wirklich treffen. Aber ich sehe halt da einfach... Theoretisch 3000 Jahre, nee, theoretisch sogar 5000 Jahre, bis die da hinkommen. Das ist ja das Ende des dritten Zeitalters. Da kann man sich natürlich dann durchaus auch noch mal ein bisschen verändern. Aber dann sind wir wieder genau bei dem, das kann ich mir natürlich jetzt so schön reden, aber warum muss ich das überhaupt tun? Also lass doch einfach den Charakter so, wie wir den kennen, vielleicht ein bisschen Nassforscher mit einem Potenzial zum Entwickeln und dann ist gut. Aber was habe ich hier? Ich habe halt de facto eine Ray. Und Ray war halt nicht sympathisch. Und das lag nicht an ihrem Geschlecht, sondern einfach, weil es ein scheiß Charakter ist. Und hier hast du halt auch wieder einen Charakter, der sofort alles kann, alles besser weiß, alle nur rumbost. Und ja. Und dann mag sie ja auch keine. Ja, hier hat sie ja keine Chance. Sie ist ja noch keine Michaela hier. Ja, aber als Kämpferin schon. Als Kämpferin schon so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist hier nicht das Relevante in der Serie. Aber ich weiß, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, diese Entmystifizierung, naja, das Ganze. Die Serie wäre wahrscheinlich, ich könnte mir es vorstellen, hätten sie eine Limited Series draus gemacht. So ein Event-Ding. Lass es für 16 Folgen sein. Diese Story für 16 Folgen zu erzählen, wo man auch die Möglichkeit hat, die eben als höhere Wesen darzustellen, ähnlich wie wir es Herr der Ringe haben. Und dann lass Isildo als Point-of-View-Charakter folgen. Menschen, den wir kennen. Versuchen sie jetzt so ein bisschen hier in der Richtung zu machen. Aber lass die anderen so ein bisschen noch in der Ferne sein. Lass sie mit ihren großen Problemen in der Welt klarkommen, die den Menschen niemals nachvollziehen können. Aber wir folgen einem Isildo, der sieht, wie sein Volk von Numenoran, von jemandem wie Sauron, völlig verdorben wird. Das wäre das. da könnte man einen schönen Prolog haben. Lass eine Folge im Prolog haben, wo das Ganze erklärt wird. Die Elben, die Ringe der Macht wurden geschmiedet, die Elben wurden verraten von Sauron. Sauron wurde festgenommen von den Numenoran. Und dann lass die Geschichte in Numenor stattfinden, wie Sauron die Numenora verdirbt und zu diesem epischen Untergang führt. Ja, zum Beispiel. Limited Event Series hätte funktionieren können. Ganz sicher, ganz sicher. Naja, wir haben ja noch fünf Folgen, es kann besser werden. Ich bin skeptisch, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe irgendwie so das Gefühl, man hätte jetzt ja auch zwei Jahre Zeit gehabt, was zu ändern, aber ich glaube, die sind da jetzt ein bisschen bockig und sagen, nö, wir machen das jetzt so, wie wir uns das gedacht haben und fertig. Vielleicht wird es am Ende ja noch gut und wir haben uns in allem getäuscht, weil es zu einem sinnvollen Ende auf noch einen, weil es alle Sinn hat dann am Ende. Ich bin skeptisch, ich glaube, sie ziehen einfach die gleichen Schwächen aus der ersten Staffel durch. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das Ganze ist so back to back gefilmt worden, als hätte man es gar nicht ändern können. Aber ich sehe da keinerlei Evolution in irgendeiner Form, in keinem Aspekt und von daher werde ich das jetzt gucken. Schon so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen stringenter in dieser Staffel, wie sie es erzählen. Die haben mehr einen Plan, was sie erzählen möchten und das finde ich auch okay, wie sie es zeigen. Ich hinterfrage jetzt nur wahrscheinlich die generelle Daseinsberichtigung dieser Serie. Ich bleibe ein pessimistischer Optimist und weiterhin Tolkien-Fan und warte erst mal ab, wie die Staffel wird, ohne das direkt zu verteuern. So sind wir ja sowieso immer. Wir verteuern uns nicht direkt, wir schauen uns komplett an. Ich gucke es mir trotzdem jede Woche noch mit einer gewissen Spannung an als Fan, als Fanboy. Ja, auf jeden Fall. Gut, in diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumellein nach oben da. Ich hatte es ja einfach eingangs gesagt, warum Bewertungen sehr, sehr wichtig sind und natürlich auch, was noch viel wichtiger ist, ist das Feedback, das wir von euch hören wollen. Das schreibt ihr bitte entweder an info.nerdizismus.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp an die 015259647709 und hier nochmal der Hinweis, 31.10. Halloween Edition mit Eden Craft im Rabbit Hole Theater. Geht auf Rabbit Hole Theater und sucht euch da was raus. Es gibt übrigens auch einen Groupon-Deal. Du bist doch so ein Groupon-Jäger. Ja, wenn ihr also bei Groupon mal nach Rabbit Hole Theater oder nach Nördig Christmas sucht, da bekommt ihr, ich glaube, 20% Rabatt und sogar noch ein Freigetränk. Also von daher, dann muss man einfach kommen. In diesem Sinne hören wir uns in 14 Tagen wieder, wenn wir dann die Folgen 4 und 5 besprechen und ja, macht es jaut und bis dann. Tschüss. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums. 2-